Ich will Musik machen, seit ich denken kann, übe ich jeden Tag. Ich habe da einen Riecher für Maxi, echt. Du bist so kurz davor. Ich habe mich an der Musikakademie beworben. Echt? Ja, wie ich es geplant habe. Ich vermute dich, Max. Willst du es echt machen? Es geht doch nicht einfach immer nur um Spaß und Party. Weißt du, du musst es auch mal live erleben. Das ist alles so halbgar. Ich bin da draußen jeden Tag, da wird ein ganz anderer Wind. In letzter Zeit schlägst du dir nur noch die Nichte um die Ohren. Du, es reicht einfach langsam. Merkst du das eigentlich? Kann ich dir übrigens Lea vorstellen. Die war definitiv die beste Tänzerin in ganz Frankfurt. Sie tanzen da. Würde ich wirklich alles tun. Aber das ist es doch. Du hast Talent. Und du brauchst du das einfach. Wäre ich mal so mutig wie du. Und du bist jetzt also mit Lea zusammen. Du bist so kindisch. Jetzt weißt du an den Finger. Weg von Lea. Weg! Maxi. So kann ich dich ja gar nicht. Ich kann das nicht mehr. Irgendwie bist du nicht so richtig da heute. Mein Vater setzt sich rüber. Ich habe das Videobe Eas. Jetzt ist es einfach nicht reich. Du hast einen! Ich kann das nicht mehr. Mann. Sein Vater. Was ist der Vater? Untertitelung des ZDF, 2020